Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Aktuell ist er ein wenig ruhiger geworden. Das liegt wahrscheinlich einfach darin, dass Season 1 jetzt schon ein paar Tage draußen ist. Und die Invasionsmission, ja, die allermeisten von euch werden Hayley wahrscheinlich jetzt schon haben. Und ja, wir warten eigentlich jetzt nur darauf, wann kommt endlich Update 2 bzw. Update 3. Und darüber möchte ich heute nochmal mit euch reden, weil da gibt es ein paar Dinge, die ganz wichtig sind und die ihr auch schon wieder vorbereiten könnt. Als erstes wissen wir, dass noch eine neue Waffe reinkommt. Bislang haben wir ja nur die Excarver bekommen über den Battle Pass. Und mit Update 2 bzw. Update 3 bekommen wir nochmal eine neue Waffe, die heißt Frostwächter. Die Waffe ist ein Sperrgewehr und bewirkt, dass der Kälte-Widerstand von Gegnern verringert wird und eure eigene Kälte-Fertigkeiten werden erhöht. Bedeutet für Hayley und wir ist er natürlich eine super Waffe. Und ich denke, vermute, die Waffe können wir ähnlich wie beim Gierschlund den Freenstifter über den neuen Boss bekommen. Der neue Boss, Todespirscher, wird nämlich auch kommen und wird sich wahrscheinlich nach dem Gierschlund einreihen. Aktuell wissen wir noch nicht, ob man den nur im Multiplayer spielen kann oder auch Solo. Das wissen wir leider nicht. Aber der wird auf jeden Fall nochmal schwieriger werden als der Gierschlund und wird auf Giftschaden gehen. Bedeutet, ja, wird sehr viel Giftschaden machen, ähnlich wie der normale Sumpfläufer. Eine Sache, die mir gar nicht so bewusst war und euch wahrscheinlich auch nicht, ist, dass natürlich Update 3 nach vorne geschoben wurde. Vom 30. Oktober auf den 10. Oktober. Aber war euch eigentlich auch bewusst, dass das zweite Update vom 26. September auf den 10. Oktober geschoben wurde. Das heißt, es ist nicht nur, dass das dritte Update nach vorne geschoben wurde, sondern auch das zweite Update, das Update, was schon in ein bis zwei Wochen gekommen wäre, wurde nach hinten geschoben. Wurden beide zusammengepackt und beide kommen am 10. Oktober. Ja, finde ich nicht ganz so geil. Muss dazu sagen, am 26. September wären mit Update 2 eh nur zwei Sachen gekommen. Das wäre einmal die neue Waffe und eben der neue Boss gewesen. Und deswegen auch meine Vermutung, dass man wie bei dem Gierschlund die Waffe über dem Boss freischaltet, weil eben beides gleichzeitig kommt ohne irgendwas anderes. Ja, und jetzt ist es halt erst am 10.10. Ja, sei es rum. Zusätzlich bekommen wir dann auch endlich Ultimate Trainer. Da freue ich mich wirklich sehr drauf und natürlich auch die Quest-Reihe zu Ultimate Trainer. Was es am Ende der Quest-Reihe gibt, das wissen wir noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall eine exklusive Geschichte zu Trainer geben und natürlich auch endlich rote Module. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich schade, dass Sally rausgekommen ist und wir über einen ganzen Monat mit ihr quasi spielen und ein Bild bauen, ohne zu wissen, welche roten Module kommen werden. Aber dann am 10. wird es neue rote Module geben für Hayley und auch rote Module für Ultimate Trainer. Und zusätzlich noch neue Ultimate Module. Da bin ich gespannt, wie viele sind das und natürlich, was können die? Neue Ultimate Module. Ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch so Stegreif auch nicht für wen. Vielleicht kriegt jeder nochmal ein. Das wäre krass. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht wird es Ultimate Module geben, die für alle gelten. Naja, lass uns da auf jeden Fall überraschen. Dann wird es einen neuen Schwierigkeitsgrad von Infiltrationseinsätzen geben. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das implementieren werden und vor allen Dingen, was der Loot sein wird, wenn man eine höhere Schwierigkeitsgrad macht. Aktuell mit den Invasionen ist es ja so, dass man natürlich sehr viel Gold bekommt und die Hayley-Teile. Aber das muss auch in Zukunft sich ändern. Meiner Meinung nach auch schon in dieser Season. Weil wenn man Hayley hat, gibt es außer die eine Million Gold keinen Grund, diese Invasionsoperation noch zu machen. Bin ich sehr gespannt, was da die Möhre sein wird, die uns lockt, um diese höchste Schwierigkeit zu spielen. Und darüber freuen sich, glaube ich, die meisten und ich auch. Es wird einen Händler geben, den ETA-0, der eure übrigen Module, falsch, eure übrigen Baupläne kauft und auch einige Baupläne verkauft. Bedeutet, für jeden, der da draußen vielleicht auf 5x Enso sitzt, kann seine Baupläne verkaufen und dafür dann vielleicht was anderes kaufen, wie zum Beispiel auch Hayley-Sachen. Was ich mir natürlich extrem wünsche, sind rote Reaktoren, rote Komponenten und tatsächlich auch rote Waffen. Rote Waffen werden wir sehr wahrscheinlich nicht bekommen, weil davon wurde nicht ein Wort gesagt. Von Reaktoren und Komponenten auch nicht. Aber wenn sie schon eine neue Schwierigkeit reinbringen, in welcher Form auch immer, muss es dort ja auch irgendwelche Art von Loot geben. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, natürlich bin ich ein absoluter Vielspieler und vielleicht auch nicht der richtige Casual-Gamer, um das zu beurteilen. Aber aktuell fehlt mir so ein wenig mehr Endgame. Klar haben wir jetzt die Invasion bekommen, aber wenn man Hayley hat, braucht man diese Invasion nicht mehr. Wenn man also Hayley freigespielt hat, dann hat man eigentlich bis zum 10. Oktober jetzt erstmal Freizeit. Am 10. Oktober kommt dann ein neuer Boss, wo man eventuell eine neue Waffe holen kann. Wenn man die Waffe hat, ist der Boss auch wieder redundant, genauso wie Gear-Stund. Wieso soll ich ein Gear-Stund machen, wenn ich keine Morphe habe, die interessant sind und auch der Friedensstifter bei mir auf Max ist. Und das könnte mit dem neuen Boss dann auch sein, wenn dort wirklich nur diese neue Waffe fällt. Und das gleiche gilt natürlich auch für Ultimate Trainer. Wenn ihr die habt, dann habt ihr die. Wenn ihr die roten Module habt, dann habt ihr die. Also es fehlt so ein wenig der Loop. Wisst ihr, was ich meine? Es wäre also ganz interessant, wenn man vielleicht Waffen oder Reaktoren oder Komponenten finden könnte, die nochmal ähnlich wie bei Diablo einen Stern haben und deswegen einen der Afixe vielleicht höher gerollt ist oder so. Also irgendwas, was dafür sorgt, dass man noch länger am Ball ist. Natürlich ist das Farmen eines perfekten Reaktors schwer, aber es wäre natürlich noch cooler, wenn es da nochmal on top etwas gäbe, wofür man farmen könnte. Dasselbe gilt für die Komponenten und meiner Meinung nach auch für die Waffen, weil dort werden die vier Afixe ja nur durch das Nachjustieren gerollt. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man vielleicht auch eine Waffe finden kann, die man sehr, sehr selten findet, aber dann viel, viel höher gerollt ist. Ja, ich hoffe, dass so ein System später noch reinkommt, weil nur Morphe, Charakter-Farm, Morphe, Waffen-Farm und Module-Farm und dann stupide Grinden bzw. Leveln ist sehr endlich. Und für mich gibt es aktuell keinen Grund, ins Spiel noch reinzugehen. Hab fast alles auf Max. Und eigentlich sollte es ja ein Live-Service-Game sein, was immer dafür sorgt, dass du immer weiter, immer weiter, immer weiter spielst. Und das ist für mich zumindest in der aktuellen Form, wie es ist, nicht so möglich. Aber da kann natürlich noch sehr, sehr viel kommen in der nächsten Zeit. Und dann kommt ja Ende Oktober schon Season 2. Das heißt, wir werden dann gar nicht so viel Zeit haben in Season 1, um Ultimate Trainer zu holen und auch zu leveln. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall allen vorschlagen, besorgt euch schon mal alle Materialien, um Ultimate Trainer sofort bauen zu können. Ich hoffe, dass nicht wieder ein System eingeführt wird, wie bei Hayley, dass man diese Invasions- oder schweren Operationen machen muss ohne Morphe. Ich finde das Morphe-System eigentlich schon ganz cool. Aber das müssen wir natürlich erstmal abwarten. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt, was ihr sagt dazu. Wenn ihr nichts zu 40 Cent verpassen wollt, würde mich natürlich sehr über einen Follow freuen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.